Hallo und herzlich willkommen zurück auf diesem Kanal. Heute schauen wir uns dein heutiges Horoskop an. Wir gehen auf den Verlauf ein und betrachten die Planetenkonstellation. Im Anschluss ziehen wir noch drei Tarotkarten und interpretieren diese für den heutigen Tag. Auf diesem Kanal werden täglich Horoskope und Inhalte zur Astrologie hochgeladen. Um nichts davon zu verpassen, abonniere diesen Kanal kostenlos. Los geht's! Schütze, deine Abenteuerlust und deine Liebe zu sozialen Kontakten bringen dich oft dazu, aufregende Erfahrungen zu machen und persönlich zu wachsen. Schauen wir uns dein Horoskop für heute an und erforschen wir die kosmischen Energien, die dein Leben beeinflussen. In erster Linie werden soziale Verpflichtungen heute deine Rettung sein. Ohne sie könntest du dich verwirrt und melancholisch fühlen, wenn es um Themen geht, die einen kritischen Punkt erreichen. In der einen oder anderen Form wird von dir verlangt, dass du dich stark veränderst. Diese Veränderungen mögen zwar schleichend und subtil sein, aber sie sind dennoch entscheidend und erfordern deine Aufmerksamkeit. Hier kann sich die Unterstützung und Begleitung von Freunden als unschätzbar erweisen. Lass dich von deinem sozialen Umfeld beraten, ermutigen und erhalte eine neue Perspektive, während du diese Veränderungen meisterst. Neben dem Kontakt zu Freunden ist es wichtig, dass du dir selbst etwas Gutes tust und gut aussiehst. Wenn du dir die Zeit nimmst, auf dein Aussehen zu achten, ist das nicht so oberflächlich, wie es auf den ersten Blick erscheinen mag. Vielmehr ist es eine gute Übung in Selbsterkenntnis und Selbstwertgefühl. Wenn du dich bemühst, gut auszusehen, musst du deine Stärken und Eigenschaften erkennen und anerkennen. Damit machst du den ersten Schritt, um in den Bereichen zu handeln, die du verbessern oder ausbauen möchtest. Egal, ob du dir einen neuen Haarschnitt zulegst oder dich sportlich betätigst, diese Selbstfürsorge kann dein Selbstwertgefühl stärken und dich zu positiven Veränderungen ermutigen. Nimm dir vor, heute Morgen ein intensives Training als persönliche Reinigung durchzuführen. Nutze diese körperliche Aktivität, um aufgestauten Ärger oder Spannungen loszuwerden, die noch von der Arbeitswoche übrig sind. Ein solcher Sport kann wie ein Ventil wirken, das die emotionale Luft reinigt und es dir ermöglicht, dein Wochenende in vollen Zügen zu genießen. Körperliche Aktivität ist nicht nur gut für deinen Körper, sondern auch für dein geistiges und emotionales Wohlbefinden. Heute wirst du vielleicht die Blicke auf dich ziehen und die Augenbrauen hochziehen. Deine angeborene Wertschätzung für Schönheit und dein Fokus auf dein Image können jetzt besonders gut zur Geltung kommen. Es ist jedoch wichtig zu verstehen, dass nicht jeder die Situation so sieht, wie du es tust. Sei dir darüber im Klaren, dass andere Menschen andere Ansichten und Erwartungen haben, und es ist wichtig, dass du ihre Standpunkte respektierst. Genieße die Aufmerksamkeit, die dir zuteil wird, aber sei dir bewusst, dass andere ihre eigene Art zu interagieren und zu reagieren haben. Lass uns nun die kosmischen Energien erkunden, die in dieser Woche in deinem Leben eine Rolle spielen, schütze. Wie andere Zeichen auch, erlebst du derzeit eine transformative Phase. Das Universum inszeniert Ereignisse und Synchronicitäten, die dich in einen entscheidenden Moment führen können. Diese Erfahrung hat das Potenzial, deinen Lebensweg auf tiefgreifende Weise zu gestalten. Egal, ob es sich um eine plötzliche Erkenntnis, eine unerwartete Begegnung oder eine Gelegenheit handelt, auf die du sehnsüchtig gewartet hast, bleib aufmerksam für die Zeichen und nimm das Unbekannte mit offenem Herzen und neugierigem Geist an. Oft sind es gerade diese bedeutsamen Momente, in denen wir die Weisheit und das Wachstum finden, nach denen wir suchen. Vertraue auf den großen Plan des Universums und sei zuversichtlich, dass du diese Zeit des Wandels mit Anmut und Widerstandsfähigkeit meistern wirst. Im Bereich der himmlischen Ereignisse tritt Venus heute in die Jungfrau ein und beeinflusst deinen Umgang mit Beziehungen und Verpflichtungen. Während dieses Transits wirst du bei deinen Entscheidungen in Herzensangelegenheiten kritischer und logischer werden. Emotionen treten hinter die Vernunft zurück, wenn du deine Beziehungen bewertest und deine Verpflichtungen festlegst. Dies ist eine Zeit, in der du überlegte Entscheidungen triffst, die mit deinen langfristigen Zielen und Werten übereinstimmen. Allerdings musst du dich heute vor möglichen Spannungen in Acht nehmen. Mars in der Waage steht im Quadrat zum rückläufigen Pluto im Steinbock und schafft damit ein Umfeld, das für Machtkämpfe und Konflikte reif ist. Da du abenteuerlustig und aufgeschlossen bist, hast du die Fähigkeit, diese Herausforderungen konstruktiv anzugehen. Trotzdem ist es ratsam, hitzige Auseinandersetzungen zu vermeiden, da sie schnell eskalieren könnten. Nutze deine Fähigkeit, mit Diplomatie und Anmut zwischen verschiedenen Perspektiven zu navigieren. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das heutige Horoskop unterstreicht, wie wichtig soziales Engagement und Beziehungen sind, wenn du dich auf Veränderungen in deinem Leben einlässt. Suche die Unterstützung und die Einsichten von Freunden, während du dich diesen Veränderungen stellst und dich auf deine Wachstumsreise begibst. Kümmere dich außerdem um dich selbst, indem du auf dein Aussehen achtest und deine Stärken anerkennst. Hochintensives Training kann als therapeutisches Ventil dienen, um Spannungen abzubauen und dein allgemeines Wohlbefinden zu steigern. Genieße die Aufmerksamkeit und Bewunderung, die dir zuteil wird, aber bleibe offen für die verschiedenen Arten, wie Menschen an Interaktionen und Beziehungen herangehen. Während du dich durch die transformativen Energien dieser Woche bewegst, achte auf die Zeichen und Synchronicitäten, die dich zu entscheidenden Momenten führen. Vertraue auf den Plan des Universums und habe Vertrauen in deine Fähigkeit, das Unbekannte mit Anmut und Widerstandsfähigkeit zu umarmen. Letztendlich kann diese transformative Phase zu persönlichem Wachstum, verbesserter Selbsterkenntnis und tieferen Verbindungen mit anderen führen und deine abenteuerliche Reise durch das Leben bereichern. Wenn dich die ermutigenden Botschaften in unseren täglichen Horoskopen ansprechen, laden wir dich herzlich ein, unseren Kanal zu abonnieren und Teil unserer Gemeinschaft zu werden. Durch das Abonnieren unseres Kanals verpasst du nie wieder die kosmischen Ratschläge, die deinen Tag erhellen und dich auf dem Weg zur Größe inspirieren können. Zeige deine Wertschätzung für die positive Energie, die wir in dein Leben bringen möchten, indem du einen Daumen hochdrückst. Dein Interesse beflügelt nicht nur unsere Leidenschaft, sondern ermöglicht es uns auch, die kosmische Weisheit an andere weiterzugeben, die sie brauchen. Wir freuen uns außerdem sehr, von dir zu hören. Hinterlasse uns einen Kommentar und lass uns wissen, wie die Sterne dich heute leiten. Gemeinsam können wir diese kraftvolle kosmische Verbindung nutzen, um die Welt mit Positivität und Liebe zu erhellen. Danke, dass du ein Teil unserer himmlischen Reise bist. Nun ziehen wir drei Tarotkarten und gehen auf die Bedeutung für den heutigen Tag ein. Die Sieben der Schwerter steht für Täuschung, Geheimhaltung und die Notwendigkeit, vorsichtig zu sein. Diese Karte deutet darauf hin, dass du heute vor Täuschung oder Unerlichkeit auf der Hut sein musst, entweder von anderen oder von dir selbst. Sie steht für eine Zeit der Wachsamkeit und dafür, wie wichtig es ist, deine Interessen zu schützen. Die Sieben der Schwerter ermutigt dich, deinen Instinkten zu vertrauen und auf versteckte Absichten oder betrügerisches Verhalten in deiner Umgebung zu achten. Sie erinnert dich daran, Maßnahmen zu ergreifen, um dich und deine Interessen zu schützen. Die Sieben der Schwerter wird von der Karte Die Welt begleitet. Diese Karte steht für Vollendung, Erfüllung und das Erreichen eines Ziels. Sie steht für das Erreichen eines bedeutenden Meilensteins und für ein Gefühl von Ganzheit und Erfolg. Die Welt lädt dich dazu ein, deine Erfolge zu feiern und den Abschluss eines Kapitels deiner Lebensreise anzuerkennen. Sie erinnert dich daran, dass du das Potenzial hast, deine Ziele zu erreichen und ein Gefühl der Erfüllung zu bekommen. Schließlich haben wir noch die Gerechtigkeit. Diese Karte steht für Ausgewogenheit, Fairness und die Notwendigkeit eines unparteiischen Urteils. Sie steht für eine Zeit, in der es darum geht, gerechte und ausgewogene Entscheidungen zu treffen und dafür zu sorgen, dass die Fairness überwiegt. Die Gerechtigkeit ermutigt dich, deine Optionen sorgfältig abzuwägen und Entscheidungen zu treffen, die mit deinem Sinn für Integrität und Fairness übereinstimmen. Sie erinnert dich daran, dass Ausgewogenheit und Unparteilichkeit zu positiven Ergebnissen führen. Die Sieben der Schwerter, die Welt und die Gerechtigkeit ergeben zusammen eine Kombination aus Vorsicht, Erfüllung und der Bedeutung von Fairness. Mach dir heute die Energie der Sieben der Schwerter zu eigen, indem du wachsam bist und auf Täuschungen oder versteckte Motive achtest, sei es bei anderen oder bei dir selbst Vertraue auf deine Instinkte und ergreife Maßnahmen, um deine Interessen zu schützen. Verkörpere gleichzeitig die Energie der Welt, indem du deine Erfolge feierst und erkennst, dass du eine wichtige Phase deines Lebensweges abgeschlossen hast. Nimm ein Gefühl der Erfüllung an und erkenne dein Erfolgspotenzial an. Kanaliere die Energie der Gerechtigkeit, indem du bei deinen Handlungen und Interaktionen ausgewogene und faire Entscheidungen triffst. Achte darauf, dass deine Entscheidungen mit deinem Sinn für Integrität und Fairness in Einklang stehen. Diese Deutung steht für einen Tag der Vorsicht, der Erfüllung und der Bedeutung von Fairness. Mache dir die Energie der Sieben der Schwerter zu eigen, indem du wachsam bleibst. Nutze das Gefühl des Erreichten und der Ganzheit, das dir die Welt bringt. Nutze die Weisheit der Gerechtigkeit, um ausgewogene und gerechte Entscheidungen in deinem Leben zu treffen. Erinnere dich daran, dass du durch Wachsamkeit, das Feiern deiner Errungenschaften und faire Entscheidungen mit einem Gefühl der Integrität und Erfüllung durch den Tag gehen kannst und gleichzeitig deine Interessen vor möglicher Täuschung oder Unerlichkeit schützen kannst. Erinnere dich daran, dass du durch Wachsamkeit und Erfüllung durch den Tag gehen kannst. Erinnere dich daran, dass du durch Wachsamkeit und Erfüllung durch den Tag gehen kannst.